so weiter geht's kann ich schon angefangen im grimmel vorarbeiter gandhis ja wann würde gequests bindet ich guck so kann ich auch gar nicht aufgenommen mit dem vorarbeiter gandhi sei geredet quest begeben es müssen wir wie groß aus der mine aufsucht er kann passieren kann passieren ich nehme mal wieder auf naja ihr habt so nix verpasst war es gut wie fertig was sie überfühlen das nächste gebiet fertig von deutschland im herzpakt nicht mal zu viel drei karten fertig nein ach nicht egal egal griff haben auch fast fertig das war was wie groß gespünste tut unser schlimmster albtraum ist direkt mann ich bleibe direkt hinter euch ja wohl lasst uns gehen die stimmung der halle was los ja aus stein ist fertig ja wie sie sehen muss wir auch verstanden die größe sind und die verfallen sie also von daher könnte ich machen auch platz ich bin hinter dir hallo hallo spieler ich bin mal probierend feuer eingesteckt was gibt's neues die regmannen bringen ihre gefangenen zur nordwindmine die stimme haben die siedlung übernommen ihr seid wie immer meine augen und meine ohren geht dorthin zurück ich werde euch verstärken sobald wir die halle gesichert haben ich bin jetzt wir dürfen keine chance und es bleibt keine zeit ja ich bin bereit auf die überlebnis zu sagen zwei überlebende nicht schlecht auch nicht schlecht es galt ins wagen angetan ich muss stark bleiben wir sehen uns dann an der halle das haben wir alles schön links liegen oder rechts liegen es ist die hoher es ist es ist es soll doch so auch fähig kommt schluss warum genau gut auch noch kommen schlafen sehr schön ich weigere mich mich schwarz geht es gut zu beugen wie gott sei verflucht weil ihr uns verlassen hat wo ich nicht 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 kann ich nicht was macht jetzt da das hier gerade mal äh, wir müssen immer noch mehr pferschein ich weigere mich, mich schwarz geht es gut zu beugen ich sah das gesicht von strall schwarz nein ich vergesse, sie konntet ihr uns verlassen mein Gott ich weigere mich aufzuheben ihr habt uns dem sicheren tod überlassen ich hab den gefrostzahn ja, geh mal rein in die gute stube wahlsteinhalle 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 äh, ja ja äh, die x-flagel im dreck mein Gott wir müssen in das gefölbe gelangen ich hoffe ich täusche mich da dahin wie gut bist du oder bist du ja guck mal weg da bärchen sowas zerstört da wahlsteinhalle 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 ab irgendwann mittags 2 uhr 3 uhr ww ww ich hab einen ork krieger gemacht da werde ich mit dem ganz genüsslich ganz bequemen level ohne stress ohne hektik wenn ihr Lust habt schaut rein info euren link ist ja in der video beschreibung wahlsteinhalle schreibung wahlsteinhalle Was ist das? Geht nicht auf? Schade. Warum hätten wir ihn öffnen können? Geht nicht auf. Los, Bärchen, ist auch weg. Schön. Woll. Was wollen wir setzen? Das sind Hexen. Ist ja nix, oder? Mal sagen, gehe ich nach. Nö, ich habe auch nix. Links. Links kehrt Moksch. Viele, viele, viele Kämpfe. Oh, komm, voll um da. Blech ein Fall. Oh, jetzt schneller. So, ein Tatsen-Klanz schlechter. Problem. Angst. So, jetzt haben wir jetzt hier gar nix. Eine Kiste. Ein Bücherregal. Ich weiß, warum. Komm, voll um da. Jawoll. Ach, das ist ein Büchlein. Muss ich gut. Wie steig ich mitnehmen? Lieder der Rückkehr. Band 27. Deswegen mal reingeschraut haben. Ich nehme auch weiter, glaube ich nicht, ne? Eine Scherbe ist ich auch nicht. Kann man abfahren. Ich glaube, er ist ja auf ihm mitgebrüllt. Auf sie mitgebrüllt. Entschuldigung, ist ja, ne? Sie gebrüllt. Kann passieren. Kann passieren. Schnell. Schade. Halle der Helden. Ich auch hierbei? Ist es das? Sind wir deswegen hierher gekommen, Meister? Ja, Wutrat ist jetzt unser. Wenn die anderen ihrem Teil beigetragen haben, sind die Nord verdammt. Ja. Die Scherbe ist nirgendwo gesehen. Wo kommt ihr das noch? Ist bei jedem Raum? Wenn ja eine drin ist, ist er nicht immer der Fall. Mir ist gar nix. Das geht nicht. Das geht. Das geht nicht. Ich bin hierher. Das geht nicht. Ich bin hierher. kein richtiges gewöhn trotzdem nirgends wo sie ein normales gewöhn vielleicht mal reingehen kann aber nicht nach wo noch ein himmel sterben sind in der gleichen ich will alle karten für dich haben hätte kunden die angeblich von nachher auch alleine machen können aber die die großen busse die wohl nicht erstmal sagen dann erstmal alle karten erkunden ganze wilde kunden die auch noch nachgedehen damals selbst genauso ist die und moment was habt ihr im gewölbe gefunden eine sache die angehen aufstieg dabei ist es war im welt aber das macht man erst in der nächsten folge von eso bis dahin schön mit tschüss